Zeichnet euch acht gleichmäßige Segmente an den Becher und schneidet die mit der Schere etwa zwei Zentimeter tief ein. Für das Bestempeln empfehle ich euch zwei Finger in den Becher zu legen und dann abzustempeln, dann habt ihr einen guten Gegendruck. Dann kommt schon der Pin, noch ein paar Süßigkeiten in den Becher und für das Zusammenfalten steckt ihr die Lachen ineinander, drückt das Ganze zusammen, binde das Ganze mit einem schönen Garn zu und schon seid ihr fertig. Viel Freude dabei!